Es folgt die Aufzeichnung des Anrufes vom 19. November 1976, 11.15 Uhr, in der Vermittlung bei Genossin Weismann. Die Anruferin stellte sich nicht vor. Ständige Vertretung der BDA. Guten Tag. Guten Tag. Danke bitte. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass wir das richtig finden, dass Sie den Biermann ausgebürgert haben. Und dass wir den hier in der Bundesrepublik auch nicht haben wollen. Vielleicht können Sie das mal weitergehen. Ja. Wiedersehen.